Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelt und dann behauptet, er hatte gemummelt, dass sie eine tolle Philosophin ist und sie dann zugibt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Buch, an der Stelle, das ist der Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist der, dass sie nicht... Was steht da drin? Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Nein. Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Ja, dann danke für alles und viel Spaß. Ja, dir auch. Ja, danke. Komm doch noch kurz mit in die bar. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ach, wie ist es? Vielen Dank. Ich bin, jetzt bin ich. Ich bin, jetzt bin ich. No, ich bin, jetzt bin ich. Ja, danke.